Und da sind wieder... und jetzt ganz leise! Da schießt immer jemand auf mich. Radadadadada... Ha, diese koreanische Sprachausgabe finde ich wirklich lustig. Ja 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 jetzt... ja ja jetzt ist schon mal ruhe wo könnte ich hier wo den habe ich jetzt auch wo es wird zusammen geschrocken es gibt oben einen aufzug ganz hinten hohe glück gehabt den habe ich erwischt so gut was habe ich noch alles ok ok hier gibt es munition ja das gibt es hier genug anscheinend auch cool mal schauen was es hier so hat ja 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 wahnsinnig spannend die sollte ich mal mehr benutzen so und tschüss gut das ist voll ähm ok das finde ich jetzt nicht so toll kommt da noch was stürzt da noch mal was runter oh shit tarnfeld aktiviert oh shit oh shit das ist echt geil gemacht und durch das mal land das einzige will ich bloß wo fließt das Wasser hin und fließt ein Stein runter und dann aber trotzdem geil gemacht ich mag das nicht ich mag das nicht nein ach komm ach nö nicht alles normal das macht mir dann keinen Spaß ich hasse es eine Spielszene zweimal zu spielen da kommen sie so ja das hasse ich wirklich mal schauen ich sehe nichts hallo hm ab wie ja was ich ich ja gut wenn ich mich immer ein bisschen bewegen könnte wäre das auch mal nicht schlecht ja irgendwie ja man genauso da ok cool Aber sonst geht es ihm noch gut, oder? Nicht. Verdammt. Ja, so würde ich mich nie treffen. Also das... Ach, geht doch. So. Brauche ich... Ah. Ah, brauche ich, brauche ich... Wo denn? Ah, da. Tarnfeld aktiviert. Wasser geschieht! Hört sich wieder an, dass ich so einen blöden Raketenwerfer. Energietisch. Ja, gut. Also bei diesen Passagen muss man sich so konzentrieren, dass man überhaupt nichts sagen kann. Ich hoffe, das wird es gleich noch ein bisschen... Na ja... Oh, sonst bist du gesund, ja. Granate. Boom. Nachladen. Das einzig Gute hier dran, gerade so, ist eigentlich, dass keine Nanosuits mehr gekommen sind. Mein hallo. Dann kamen die letzten Nanosuits. Das ist schon lange her. Ja. Also. Oh, eine offene Halle. Tarnfeld aktiviert. Ähm. Das ist jetzt doof. Auf was weiß ich nochmal mein Fanglas? Da. Da steht... Das könnte ja ein Nanosuit sein, ne? Ah, ich will ihn aus einer anderen Perspektive sehen. Ah, da hinten steht einer. Ist das ein Nanosuit? Nö. Doch, das ist ein Nanosuit. Nicht. Nicht, 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 nicht. Gut, dann weiß ich wenigstens das mit Basis zu tun, aber... Na super. Okay. Was, 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 was? Lass die Kiste da stehen. Nein, 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 nein nein. Nein, 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 nein. Haut alle ab. Ja man, das hat gesessen, das hat richtig gesessen. Quick save. Ha, der ist voll reingelaufen in seine eigene EMP-Granate. Ich beweg mich hier nicht weg. Jetzt. So, und hier muss ich leider schneiden.